Boah, Ben, weißt du, du gehst mir so auf den Sack, tu doch mal was! Das ist nicht lustig! Wirklich nicht! Willkommen, meine liebe Melonen, zurück zu Let's Play Terra! Ja! Popcorn! Popcorn! Ja, ähm, ja, was tun wir heute? Wir werden heute wieder weiterquesten. Oh ja! Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit den Nebenquests unten an, die wir noch nicht getan haben. Er langt die gestohlenen Säcke von den Dewanern in Blutpfad zurück. Wo ist der Blutpfad? Der ist hier. Ist doch hier. Irgendwo hier. Wer sind die Dewaner? Hallo? Ich bin da, wer noch? Dumm, 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 dumm. Ach, da! Ach, du, Mongos sind das. Ja, dann! Lass ich erst mal den Ben vorlaufen. Was denkst du davon? Ja. Lauf! Lauf! Tu! Tu, Attöning, du Duruf! Piu, 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 piu! Scheiß auf Spieleffekte. Weißt du, um... Genau wie in der letzten Folge, ne? Dieser Ben geht mir so hart auf die Eier, Mann. Ohne Witz. Das würde ich dich halt verprügeln lassen, ne? Scheiße. Guck mal, der steht da nur rum. Du bist halt ein schlechter Mentor, ne? Nein, das ist halt ein Ben. Nein, das war alles nicht. Das mag ich nicht. Ich auch nicht. Was war das schon wieder los? Was hast du wieder angestellt? Och, ich noch nichts. Ich glaub dir nicht. Ich würde nie etwas tun. Ich glaub dir nicht. Kennt das doch von mir. Ich bin immer lieb. Eben drum, ich kenn's ja von dir. So, Frauen und Kinder. Ich vergewaltige Frauen und Kinder. Darüber macht man keine Witze. Warum jetzt mal im Ernst? Alle Männer machen sich auch lustig über das Wort, ich liebe dich. Das nimmt keinen Arsch mehr ernst. Später ist es eine Beleidigung. Alter, ich liebe dich. Hey, du hast dich grad ernsthaft, ich liebe dich gesagt, oder? Was, mein Mutter? Oh, Mann. Ist das kaum? Später ist das wirklich so? Das ist so eine Beleidigung. Ich mein, es hat ja jetzt schon irgendwie kaum noch Wert, ja? Ja. Genauso wie, wie Schatz, irgendwie. Sagt jeder so, hm, ich will meine Freundin die Schatz nennen. Schatz sagt ja jeder. Aber weißt du, wie nennt sie das dann, Baby? Wow, das sagt ja niemand. Ich weiß nicht, ob man es niemals gemerkt hat. Auf jeden Fall ist Hurensohn meine absolute Lieblingsbeleidigung. Weil sich jeder Spassi darüber aufregt. So. Und ich glaube, mein nächster Freund werde ich Hurensohn nennen. Ich würd's dir ja sogar zutrauen, das ist das Coole. Das ist ja. Hurensohn. Aber du musst auch dein echt Hurensohn sagen, ne? Das ist ja klar, oder? Aber ich würd das ja mega feiern. Du bist schon wieder so ruhig. Ich würd das ja mega feiern. So ist schon viel besser. Ja, was? Ich rühre das Mikrofon ja ran. So, jetzt hörst du meine ziemlich erotische Stimme jetzt an. Äh, ja. Ich geh die Quest abgeben. Lauf doch nicht weg. Ich habe noch nichts gemacht. Oh, doch, du hast was gemacht. Wir können auch die Quest 1 hier machen, ne? Haben, äh, tötet, Tuipinus? Ja, üben schon. Da hinten ist er. Das liebe Geld bringt die Geldsäcke zu Fe-E-Ledus. Ah, ja, komm, lass doch mal zuerst hier den... Ja, ich bin doch schon wieder da. Ich hasse solche Orte, wo so viele Mops sind, ne? Ich habe ein Ben getötet eiskalt. Ja, Ben ist auch ein Hurensohn. Der Ben ist so ein richtiger... Ich weiß, dass der Ben jetzt mein Schatz ist, ne? Obwohl ist ja schon so ein richtig heißer Bursche. Das ist quasi Modo. Also so ein süßer Bursch ist schon. Ja, muss man ja schon mal sagen, ne? Ja, guck ich mal erst mal, den seine Waffe an, den seine Waffe ist. Der reinste Porno. 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 Boah, Ben, weißt du, du gehst mir so auf den Sack. Tu doch mal was. Das ist nicht lustig. Wirklich nicht. Ja, der macht gar keinen Spaß. Und ich muss meine Stimme schonen, Alter. Ich merke schon, wie ich am Krippieren bin. Boah. Das geht mal gar nicht. Das ist auch so geil. So, kann man jetzt endlich Scheiß-Quester machen? Hast du einmal gestellt? Ne, habe ich nicht. Nur war es klar. Weil du wohnst. Und weil du stimmt, Ben lieber. Ich bin dann leicht gereizt. Ich bin dann, ob die Skrippeln und warum? Die sind liebe. Warum tötest du die? Aber umfällig vorbei müssen. Nur vor dem Sprechstum kann, abfacken, fack ich lieber vorm Kapp ab. Ich will nicht denken, wie viel zu denken, Alter. Du kannst ja kein Musiker spielen. Bist du, ey, bist du so blöd. Warum hast du das gedrückt, Alter? Warum hast du denn, Ben? Ja, Schick, Ben. Zuerst hier. Ja, ja. Ich hätte vielleicht mal Neues bauen sollen. Vorher. Ach, der überlebt der Janell-Bursche. Sehe ich. Hä? Ja, gut, habe ich gesagt, dass der schwer ist. Der war mal voll schwer, Mann. So, jetzt können wir aber endlich... Land ist auch wieder so ein wunderschönes Wort. Ich weiß gar nicht. Wie läuft das? Ich weiß nicht. Das klingt so ein bisschen nach Käse. So klingt Land und Käse. Ja, Land könnte so ein Kippen sein. Ja, könnte aber auch sein, dass die Leute nur mit WLAN meinen. WLAN? Ja. Ja, dann ist es ab sofort, ey, hatte WLAN. Hatte WLAN? Ey, das ist bestimmt, weißt du, so eine Frage. Die Ränder hat durch ihren Reispflückerland, ja? Und so, hatte WLAN. Ey, hatte WLAN. Ich muss Facebook abchecken, Alter. Hatte WLAN. Hatte WLAN, gute Facebook. Hast du WLAN, tue ich Facebook? Das war schon wieder so gemein. Nein, das soll ja auch nicht heißen, dass alle... Das hier sind wieder wohlbare, ne? By the way, das soll ja auch nicht böse sein. Ne, das soll ja jetzt auch nicht auf alle Muslimen aus dem... Hat der nichts mit Muslimen zu tun? Ne, so ist das auch gar nicht gemeint. Nur halt, es ist halt, es gibt halt, es ist wirklich cool Muslim. Wir haben es jetzt einfach mal. Und dann gibt es diese Opfer, die wirklich die ganze Zeit nur rumlaufen. Du will an. So, reing mir nach Chris, die sind ja während du laberst. Denken so, boah, ey, ich bin da fit, bist du Obermacher so weicht. Ja. Es gibt aber auch beschissene Deutsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt, dass sie nicht die mit den roten haben. Mit denen ihren Lampen zu tun. Oder aus ihrer Herkunft oder Hautfarbe oder was. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Ne, aber... Das ist so ein Thema. Da kommst du nie auf den Punkt. Es gibt beschissene Allerrassen. Ja, das kann man so sagen. Aber... Nur halt, ich kenne jetzt persönlich mehr beschissene Türken. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in einem Umfeld wohne, wo es nicht ganz so prickelnd ist. Das ist ein Ghetto. Ja. Ja, eigentlich schon. Das ist eigentlich das Ghetto. Ja, das ist echt so ein Ghetto. Ghetto ohne Flow. Ghetto ohne Flow. Oh, ja. Oh, hier. Oft zum Buffetho. Ach Gott, ey. Davon habe ich nur Leute in meinem Umfeld wohnen. Ich habe nur solche wie dich. Nein, in meinem Umfeld, ja. Sind die Rote. Wohnt Kranke. Geil. Eventar ist voll. What? What, what? Mein Eventar ist tatsächlich voll. Ja, ich könnte übrigens auch nochmal ein bisschen was Neues ausrüsten hier, by the way. Ich muss mal sortieren drücken. Was ist jetzt Sache? What ist da denn los? What ist da denn los? Ey, bist du völlig weg von deinem Kopf her, oder was? Bist du bei Händen hart. Oder bist du bei Händen hart? Ich höre gerade auf, ich habe keine Kekse. Das ist ein Problem, aber nicht meins. Ich muss jetzt erst mal zu einem Händler. Also nur so als kleine Randinfo, ich benutze Kekse, um Kinder zu beschlechen. Bankier? Hey, ich habe einen neuen Bogen. Sag mir doch mal einer, der ich einen neuen Bogen habe. Was hältst du davon, wenn wir das in der nächsten Folge weiterführen? Sehr gut. Das klingt sehr gut. Ja, wir bedanken uns immer fürs Zuschauen und fürs Daumen hochdrücken und kommentieren und während dem Video gucken, Runden, dann lassen wir das. Ich würde richtig ekelhaft finden, wenn niemand schreibt. Ich habe mir während eures Videos eine Runde geholt. Das stimmt, das will ich tatsächlich auch. Ja gut, ich weiß, ich habe noch eine Runde. Aber bis zum nächsten Mal, Adilad, bitte. Ja, was laberst du? Hatte WLAN, Alter. Hatte WLAN. Genau. Hatte WLAN. Und tschau. Ich schätze in den Kommentaren. Hatte WLAN. Ey, Mel. Ja. Nichts. Hahaha. Yeah.